cool hallo und herzlich willkommen zurück zu gary's mod ich würde ja gerne sagen wir sind auf einer horror map aber nein sind wir nicht das ist einer auf einer horror map in einer horror map naja irgendwie so synapsen klatscher ist da hallo hallo also wir sind ja nicht auf in auf dazwischen hoch am app sondern einer wir haben auch ein wir spielen jetzt gerade keine sandbox sondern ghost hunter ghost hunt und die die karte heißt paranormale ja kommst du musst du mir eine einladung schicken ach so wäre zumindest von vorteil harter gemacht ich glaube ich muss dann später an der grafikkarte man noch ein paar einstellungen machen das sieht sehr ich habe dich auch ein bisschen hoch gemacht von der grafikkarte und jetzt das so ein bisschen so mir ist heute im übrigen mal was aufgefallen bei dem video was dann da hat ja ab und zu mal was geruckelt da hat ab und zu mal was geruckelt beim ruckelt immer was also so ein bisschen verpixelt ja artefakte nur nee ich meine das bild aber keine minuten lang oder war vielleicht eine millisekunde es gewittert ich höre nicht du bist auch noch gar nicht da nö das stimmt cool gibt es die grafitik und die crowbar hände jetzt bin ich aber da geil was denn du für einer ich habe die kamera ausgewählt kamera wo kann ich eine kamera auswählen dort wo du die waffen auswählen was hände nach camcorder camcorder und mit der rechten maustaste kannst du ohne ran zoom drei optionen die green growstick das ist ihr knicklicht jetzt machen wir deinen scheinwerfer aus wie krieg ich den aus f ach so deine taschenlampe scheinwerfer geht ja gut los so steinmann steinmann ich nehme aber erstmal die hände weil irgendwie ist mir das bild dann doch zu dunkel legen wir los ach so wir haben ja dort oben ja jetzt die zwei balken ich habe auch noch nie rausgekommen ah ja der grüne ist stamina okay erfüllt sich wieder also wenn du rennst wenn du springst ist da nichts nur wenn du rennst was eigentlich keinen möglichen unterschied macht aber das hätte man ja einstellen können aber ich habe das auf standort erstmal gelassen hier gibt es gott sei dank kein nur clip gott sei dank da habe ich ruhig puls irgendwann irgendwann sehe ich dann kommen denn in den kommentaren ja und da und du meckerst so viel und mimimi naja achte auf den blutdruck denkt dran du bist auch nicht mehr der jüngste mein blutdruck ist im körper ok erstmal lesen turn on the generator achte meine gehe der geistdetektor hier gibt es geister ja auch normal war genau richtig wie sind wir hier gehen auch mal was hast du getan nur noch um spiel mehr das war mit dem rumgespiele sonst machst du ja wieder alles kaputt wie beim letzten mal kaputt gemacht alles da gehen die lichter kaputt naja credits steinmann making the map da rühl winters max 360 beta test breadman giving me die die motivation zum lernen auf der map und mache die map heike alles kosten das material ist ja das andere supporting me gut cool hier gibt es den bildschirm also doch als du den generator jetzt angeschlossen ja hier gibt es das ist ja cool mach mal dein licht aus bitte du willst aber schon da ist auch ein großer bildschirm ich sehe das doch ich bin ja nur hast du das gesehen ja ja okay hier passiert nichts das passiert überall schönes knöpfe muss ich das hier muss ich das hier muss ich das machen hier campcorder da musst du mal auf die knappe drücken auf die roten ja ich habe ja kein fahrtenkreuz ich habe mir was mir war so blöde ich habe mir was cool was also das ist das hier gut look viel glück was wir gehen mal weiter hatte jemand geklopft das fängt ja schon mal gut an ich bin total gespannt das spür hat nur nummerisch angefangen und du kriegst hier schon schiss geh mal weg sonst kriege ich geh mal weg cool da muss ich mal die kamera die hat ja bestimmt irgend eine bewandtnis willkommen zu den zwölf uhr nachrichten unsere schlagzeilen für heute geister in der unterwild warte mal erstmal gucken was gibt es denn hier okay die lassen wir noch mal zu ich scheiß mir bestimmt gleich ein was ist denn jetzt kaputt warte mal ich glaube ich muss nochmal kurz beenden ich habe was vergessen oder warum ne ich hab Mikrofonaufzeichnung habe ich eigentlich gemacht, dachte ich. Das Hexion war drin. Coole Kamera. Ich höre schon wieder hier, psst. Verschlossen. Pst, da ist was. Was will da alles kaputt machen? Was habe ich denn kaputt gemacht? Bei den Zahn. Das ist eine Türe. Achso, gut. Ich habe nichts gesagt. Hier liegt ein Latsch. Toll. Kannst du noch einmal aufheben. Was willst du mit dem Latsch anziehen? Naja, vielleicht ist es der, den ich gestern verloren habe. Ja, dann bist du es aber schon. Das sind das. Generatoren sind das, oder? Ja. Aber irgendwie... Du bist im Weg. Ich hätte jetzt eigentlich sowieso schon... ...irgendwie auf den Spruch gewartet, aber irgendwie stehst du im Weg. Du stehst im Weg? Naja. Ja. Warte mal, der Zahn, der war doch vor uns noch ganz. Ne, ne. Der war auch schon schief. Sicher? Ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja. Siehste, so geht es los. Ey, die Kisten können aber auch nicht dafür. Das schlimmste ist, wenn wir die dann noch brauchen. Mhm. Deswegen habe ich sie eigentlich auch ganz gelassen. Hier stehen da noch ein paar. Die möchte ich jetzt kaputt machen. Nein. Vielleicht brauchen wir die ja noch. Ja, komm mal zurück. Was denn? Ach ne, das ist bloß eine Flasche. Ja. Ich wollte gerade sagen, da liegt was auf der Kiste. Aber... Ich gehe hier links. Mach das, mach das. Uah! Was geht los? Verdammt nochmal. Ist doch bloß heller geworden. Nein, da war viel. Ich habe nichts gesehen. Das wirst du dann in der Aufnahme sehen. Ich habe nur was Weißes gesehen. Ich habe nur was Weißes gesehen. Toll. Braucht man jetzt sie hier? Kann ich ja nie. Hm, hier geht es nicht mehr weiter. Geht da gut los. Ja. Wo steckst denn du? Ja, bleib mal bei mir hier. Hier. Ich bin ein kleiner Schisser. Heute. Geht ja. Uah! Das wird es doch mal Zeit, dass wir mal wieder durch der Helle laufen, wa? Pass mich in Ruhe. Ich finde das... Ich finde das total spannend. Na ja, ist es so. Weiß bitte, gehst du schon wieder in andere Türen rein? erstens mal stehe ich noch und wenn sie mal gucke ich bloß furchtbar kannst du mich dann hier alleine lassen hier hinter dem klo ist jemand mach die mal auf nee duck dich doch einfach mensch naja ich wollte bloß gucken ob es kaputt geht geht's kaputt äh genau vor mir die zweite von rechts da steht jemand dahinter ach das sind bloß latschen toll jetzt kacke ich mein weg ein paar schuhe ich weiß nicht nein ich habe von hier so schräg rechts geguckt habe ich hätte gedacht da wäre jemand gewesen ich krieg schon ich krieg selber schon paranormale gedanken oh die map ist ja groß aber die gefällt mir jetzt schon oh nein da stand schon wieder einer vor der toilettentür na das war ich nein das wirst du dann im video sein glaub mir der spiegel ist kaputt hier wollen wir schon sind wir hier reingegangen dann kam er von irgendwo die kisten runter genau von hier so kann man das jetzt hier kaputt machen nö nö oh schon vorbei nisch da ich habe ehrlich gesagt keine ahnung hier waren wir schon ähm was wir hier tun müssen rennt doch mal nicht davon ich habe angst sehr gut ich bin erschösser hier waren wir doch auch schon oder hier drin war ich noch nicht ne ich war auch nie ich durfte ja ne meine anzeige oben links ist weg so deine anzeige noch nö ich habe ja auch die kamera ach so ja ich habe auch meine gesundheit ist untergegangen na so und ich habe mich verloren treppen hoch oder ich habe ja auch noch einen und ich habe mich verloren ich habe mich verloren ich habe mich verloren ich habe mich verloren Ruckmann Stuck vorliegen Runde Montenbaut mehr gekostet in der reine ist es in der unsichtbarer Wand das ist nur Griechstunde Kultmann Kanzler Krufung das wurde ich lassen das würde ich lassen aber sie selber sehr schön was ist denn hier dahin da wo ist die treppe ich frage mich ob wir das bloß mit der campcorder sehen und ob wir das auch mit der brechstange sehen können diese unnatürlichen dingens aber mit der campcorder da hast du wie nächstes noch so eine kopfbewegung dabei das ist irgendwie die coole was für eine bewegung die kopfbewegung ja dann haben wir noch eine türe von da wo wir gekommen sind so von hier sind wir ja ursprünglich gekommen was quatscht ihr alte keine ahnung brauchen wir also gittertüren warte mal hier war doch irgendwo die kamera die hat er genau auf dem bildschirm mensch ach so dein erinnerungsvermögen lässt heute aber auch zu wünschen übrig naja was was ich hab hier irgendwas klaren haben das habe ich auch gehört bin ich doch nicht so zufrieden aber ich bin grad so konzentriert hm wo steckst denn du ja in der zelle guck mich grad hier ein bisschen um ich bezweifle dass irgendwas in den zellen drinnen ist ja ist ja auch nicht drinnen läufst du rechts lang? hm läufst du rechts? ach so ja gut da ist er noch ich sehe immer nur was weißes also so licht da kam da jemand auf dich drauf zu? ich habe nichts kennengesehen das habe ich ja sogar gesehen das habe ich ja sogar gesehen ich habe immer nur licht gesehen oh ist der boden eingestutzt mhm oh ich komme hier weiter so gar so das sieht man aus wie im gefängnis mhm 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 das ist auch ein Gefängnis das ist auch ein Gefängnis das ist ja fast so oft gebaut wie Görlitz mhm keine Ahnung kenne ich nicht ich schon was? was hast du gesagt? keine Ahnung was die gesagt hat aber rennen ah ja doch rennen kannst du nur aber nicht ganz so lange weil du hast ja die Stamina also hier deine Ausdauer so geh mal hier rein da ist zu knutscht's hm so ganz schön altes Gemäuer genau Alcatraz mhm siehste genau so sieht das so aus du bist schon wieder viel zu schnell ach erzähl du nicht weil du guckst auch noch nicht immer in die Gefängnisse rein das ist ja abordig ja nachher seh ich wieder nie was oh hier kommt was auf mich drauf zu ach diesmal bist du dran irgendeine weiße Kugel naja siehste das ist genau das was ich immer sehe so wärst du auf meiner Seite gewesen ja ne ich rede nie von dem Blitzlicht von dem weißen Pichon bei mir kam bloß eine Kugel grad auf mich drauf zu ach so ach so so dadurch dass du ja nie wirklich in die Zeilen rein guckst ja na ich hab jetzt irgendwas eingesammelt mhm davon mal abgesehen was bringt mir da so eine Zeilen rein zu gucken ne gut ich hab da grad ne ich hab da grad ne Karte drinnen gefunden warte mal wenn du runter gehst ne ich guck hier nochmal ja das kommt mir wirklich so vor wie Alka-Dresschen mhm ach das würd ich auch mir gar nicht mehr angucken wollen mhm das ist nicht schlecht ne in irgendeiner Dokumentation oder sowas sondern hier ja das ist mir schon klar ja das ist mir schon klar in echt wo liegt denn das was? so bei San Francisco oder? na in der Bucht von San Francisco an der hier Golden Gate Bridge ne mhm so ich würde dir hier vorschlagen Pause ja gerade da wo es am spannendsten wird mhm ich hab das jetzt das muss schnell los werden ich hab jetzt immer ne in der Einstellung also ich hab heute die Grafikkarte geupdatet und da hab ich ähm ich seh das jetzt so wie viele Minuten wir grade aufzeichnen ach so na und bei wie viel sind wir grad? 25, 49, 25, 50, 51, 52, 53, 54 mhm also wenn du das jetzt so noch weiter so machst sind wir umkommen bei 30 Minuten ne 26 erst dummerweise ja also das sieht man zwar dann nicht mehr wenn man sich das anguckt äh aber dafür sind jetzt meine äh meine FPS Zahlen weg also so verschwommen dahinter gut na dann liebe Zuschauer ähm Fortsetzung folgt Ende tschüssi tschüssi